Am Himmelfahrtswochenende tritt der FC-Bundestag bei der Europameisterschaft der Parlamentarier in Bern an. Noch nie in der jahrzehntelangen Geschichte des Vereins hat das Parteibuch der Mitglieder dabei eine Rolle gespielt. Bis jetzt. Bleibt dran. Breaking Eimer News Seit 1977 wird die Europameisterschaft der Parlamentarier mit vier Mannschaften ausgetragen. Dabei treten jedes Mal Deutschland, Österreich, die Schweiz und Finnland gegeneinander an. Für die drei anderen Teams sind Mitspieler aus Rechtsparteien selbstverständlich. FPÖ-Politiker, Spieler aus der Schweizer Volkspartei oder von den wahren Finnen. Sie alle werden mitspielen. Nur Deutschland geht den Sonderweg und verbietet AfD-Politikern die Teilnahme. Dem deutschen Team soll dieses Jahr Trainerikone Felix Magath helfen. Er begleitet die Mannschaft als Coach in die Schweiz. Nicht das Spielfeld betreten dürfen jedoch die vier AfD-Abgeordneten, die eigentlich ebenfalls der Mannschaft angehören. Der Grund? Sie wurden durch den Vorstand des FC-Bundestag vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Am 21. März hatte der Vorstand des FC-Bundestag den Beschluss gefasst, keine Mitglieder der AfD mehr zum FC-Bundestag aufnehmen zu wollen. Vorstandschef Mahmoud Oestemir von der SPD gab als Begründung den unvermeidlichen Rechtsextremismus-Vorwurf gegen die AfD an. Danach tagte der Vorstand um die Abgeordneten Oestemir und Fritz Günzler von der CDU nochmals. Am 8. April dann schickten Oestemir und Günzler eine Rundmail an die Abgeordneten der AfD und berichteten von einer neuen Entscheidung. Der Vorstand des FC-Bundestag hat heute in Umsetzung des auf der Mitgliederversammlung am 21. März 2024 festgestellten Unvereinbarkeitsbeschlusses der AfD-Mitgliedschaft mit der Mitgliedschaft im FC-Bundestag getagt. Daraufhin hat der Vorstand beschlossen, dass bis zu einer abschließenden Klärung der Beschlusslage die Mitglieder der AfD-Fraktion vom Spielbetrieb des FC-Bundestag ausgeschlossen werden. Allerdings steht der AfD ein Platz auf der Reise nach Bern zu, denn die Teilnahme des FC-Bundestag an der Europameisterschaft ist als interfraktionelle Dienstreise angemeldet. Bei einer solchen darf jedoch aus juristischen Gründen keine Fraktion ausgeschlossen werden. Somit hat die AfD einen Platz sicher. Der Vorstand des FC-Bundestag gibt dazu bekannt, dass angemeldete AfD-Mitglied könne als Supporter ohne Spielberechtigung an der interfraktionellen Dienstreise teilnehmen, heißt es in einer Mail. Hinfahren darf das AfD-Mitglied also, mitspielen aber nicht. Der AfD-Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann wird trotz der Diskriminierung, die der AfD widerfährt, an der Reise teilnehmen und äußert sich im Vorfeld folgendermaßen. Das Demokratieverständnis des Vorstandes unter der Führung des Vereinsvorsitzenden von der SPD, der nach dem Motto »Mit dir spiele ich nicht« handelt, ist mehr als fragwürdig. Darüber hinaus ist das Vorgehen satzungswidrig und widerspricht dem Vereinszweck. Wir rufen alle im FC-Bundestag vertretenen Fraktionen dazu auf, laut Vereinssatzung überparteilich und interfraktionell zu handeln und die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu wahren. Denn gerade der Sport sollte zur Verbesserung von Dialog und politischem Diskurs jenseits von Parteigrenzen in unserem Land beitragen. Dieser Stellungnahme sollte sich doch jeder Bürger mit einem gesunden Demokratieverständnis anschließen können. Oder was haltet ihr von der Angelegenheit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.